Jasmin ist vor einer Woche zu uns gekommen, hat sie auf einem Autobahnrastplatz vorgefunden, hat dort ihre Eltern gesucht. Sie ist doch ein Kind, Achri. Sie bekommt Angst und dann wird sie reden. Und die Grenzen sind ziemlich dicht. Vor drei Tagen haben wir dann die Nachricht bekommen, dass die Eltern wohl verstorben sind. Jasmin wird das nicht überleben, wenn sie mit uns fährt. Du hast jetzt eine neue Familie. Und ich bin deine Schwester. Ich denke oft an meine Mama Fatima. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist ihr Lächeln. Es hat sich gut angefühlt, aber dann bin ich aufgewacht. Und es war nur grau, dunkel und kalt. Ich habe es überlebt. Was meinen leiblichen Vater angeht, ich werde ihm nie verzeihen. Mein Name ist Jasmin und das ist meine Geschichte. Ich habe es überlebt. Vielen Dank.